und das erste ist ja im auge des sturms das zweite ist jetzt nach dem sturm tja wer den ersten gelesen hat kann mit dem titel sicherlich was anfangen heute lese ich euch mal den anfang aus dem zweiten teil vor und ich würde sagen wir liegen los heute geht es um das buch von sally thomas thunder and lightning nach dem sturm das cover ist in den ähnlichen farben und stil behalten wie der erste teil auch schon ich mag dass den männlichen part hier auf dem cover sehr gern weil für mich der protagonist genau so außer von der beschreibung her und ich mir genauso vorgestellt habe ich finde sally gibt sich unglaublich viel mühe mit ihren covern und das steht auch immer hinten in der dankssagung auch noch mal ein dank an den cover an das cover model und so weiter drin finde ich immer sehr sehr schön gemacht muss ich sagen ja dann kommen wir mal zum klappentext die junge bostoner tierärztin diana o'leary erbt überraschend eine ranch in nevada und macht sich auf den weg quer durchs land um dieses erbe anzutreten die enttäuschung ist groß als sie sieht welchen maroden hof onkel paddy ihr hinterlassen hat völlig überfordert wir sie am liebsten alles hinschmeißen und verkaufen wäre da nicht der smarte cowboy jack thompson von der nachbar ranch der gehörig den kopf verdreht alle warnen sie vor ihm denn jack genießt lieber das leichte leben statt sich zu binden doch was helfen alle warnungen wenn dein herz dir etwas ganz anderes erzählt so kapitel 1 jack grinsend genoss ich noch einmal die schöne aussicht auf den nackten körper im gras der sich stöhnend regelt so einen nachmittagsquick die hätte ich gerne öfter mal genossen vor allem wenn es sich dabei um eine schönheit wie page washington handelte die mir gerade verschmitzt entgegen lächelt bei ihr bekam die aussage von harten ranger leben gleich eine ganz andere bedeutung und meins hatte sie mir gerade deutlich erleichtert was wirst du deinem dad erzählen wo du dich wieder herumgetrieben hast lächelte ich ihr zu und schloss die köpfe an meiner jeans mir wird schon was einfallen mach dir da mal keine sorgen oh die mache ich mir schon so konservativ wie er ist traue ich ihm zu dass er uns zwangsverheiraten würde und die du weißt wie zuwider mir das wäre ich hätte ja ich hatte ja keine ahnung dass ich so eine strafe für dich sein würde sagte sie und zwinkerte mit zu außerdem wer braucht schon einen ehemann also reg dich ab ich würde es nicht wollen und mein dad kann uns nicht zwingen er vielleicht nicht seine smith and wesson schon lachte ich page rappelte sich auf und zog sich an wie soll er winter von bekommen solange du deine waschweiber klappe hältst wird er es nie erfahren waschweiber klappe ich sollte dir deine mit seife ausspülen nach komm schon du magst es doch wenn ich schmutzige sachen zu dir sage ja du bist ein versautes kleines ding komm her ich zog sie in meine arme und hauchte einen kuss auf ihre lippen danke dass du mir den tag versüßt hast jederzeit wieder sagte sie zwinkert als sie sich umdrehte um zu ihrer stute zu gehen die angebunden am nächsten baum wartete gab ich ihr einen klaps auf ihren süßen sexy po komm gut nach hause werde ich man sieht sich jack sie löst die zügel vom ast und setzt einen fuß in den steigbügel und schwang sich in den sattel mit einem letzten lächeln im gesicht drückte sie ihre stiefel in die flanken des pferdes und galoppierte davon kopfschüttend blickte ich ihr noch hinterher bis sie nicht mehr zu sehen war page war in ordnung sie wusste sich in dieser männerwelt zu behaupten und sie nahm sich was sie brauchte ohne groß darüber nachzudenken ich mochte ihre unkomplizierte art auch wenn sie definitiv kein heiratsfähiges material darstellte sie war ein noch größerer windhund als sich selbst und das wollte schon was heißen na dann stöhnte ich und warf einen blick auf die uhr es war bereits nach fünf und so langsam verspürte ich hunger mit einem pfiff lockte ich bandit meine stute zu mir und prustend kam sie auf mich zu sanft streichelte ich über ihre blässe und schnaufend bedankte sie sich na kleine hast du auch genug für heute als ob sie mich verstanden hätte nickt sie mit dem kopf dann komm mal schauen was mein schwager so treibt ich schwang mich in den satte und galoppierte quer über das grasland bis ich unsere nordweide erreichte vom weiten schon hörte ich einige der rinder muhen und wusste jemand rieb sich bei ihnen herum als ich die zäune erreichte erkannte ich dass ich recht hatte kopfschüttend betrachte ich den kerl mit cowboyhut der auf seinem pferd saß und die rinder von rechts nach links trieb schnell pfiff ich laut auf meinen fingern als er mich bemerkte ritt er auf mich zu was zum teufel machst du da quinn lachte ich ich bin mir nicht sicher komm mit er beim cutting sieht das immer so leicht aus aber die verdammten viecher machen einfach nicht was ich will ich habe es gesehen sagte ich grinsend gar nicht so leicht ein einzelnes rind von der herde zu trennen um das zu können brauchst du entschlossenheit und durchsetzungsvermögen aber vor allem eins und das wäre ein erfahrenes pferd storm chaser ist dafür nicht gemacht sie ist wie soll ich es sagen ein wenig träge die rinder spüren das außerdem fehlt ihr die erfahrung du bist ein guter reiter quinn zweifellos aber für solche spielchen brauchst du deutlich mehr übung wir sollten mal zusammen trainieren keine schlechte idee antwortete mein schwager und bester freund wenn ich in zukunft hier mit arbeiten soll muss ich ein wenig mehr beherrschen als nur gerade aus zu reiten machst du und du wirst es aber nicht heute ich habe hunger lass uns zurück reiten wir ritten parallel zueinander jeder auf seiner seite des zauns bis wir das gatte erreichten vom pferd aus löst sich den riegel und öffnet es so weit dass quinn hindurch schlüpfen konnte dann verschloss ich es wieder tief atmete ich ein was hast du fragt quinn nichts ich genieße den duft des frühjahrs riechst du das auch ja du hast recht die duft ist klar und frisch mir graut es jetzt schon vor der hitze des sommers von mir aus könnte es das ganze jahr über so bleiben nicht in nevada lachte ich na los bin gespannt was jasper uns gezaubert hat du gehst einfach so davon aus dass deine schwester meine freundin für dich gekocht hat eigentlich schon antwortete ich und lachte innerlich quinn war so ein weichei wenn es um meine schwester ging stets wollte er sie vor allem beschützen was ja einerseits aller ehren wert war andererseits konnte er ganz schön damit nerven wir lebten alle zusammen auf der ranch und jeder hat seine aufgabe die von jasper war es nun mal dafür zu sorgen dass unsere mögen gefüllt wurden wenn wir von einem harten tag nach hause kamen was dagegen nein aber du könntest dir vielleicht ja auch mal ein treu sorgen das weib zu legen lachte er hm könnte ich will ich aber nicht außerdem wüsste ich keine die diesen job machen könnte was ist mit der lady mit der du dich heimlich davon gemacht hast du hast uns gesehen fragte ich erstaunt und wurde rot im gesicht das war nicht in meinem sinne scheiße du leuchtest ja ja ärgert er mich war sie so gut oh fuck ja bestätigt ich seine annahme aber erzähl es bloß niemanden page und ich treffen uns öfter mal zu einem zwangslosen vergnügen muss aber keiner wissen keine angst dein geheimnis ist bei mir sicher wieso macht ihr nichts festes daraus darüber musste ich nicht lange nachdenken dafür sind wir beide nicht gemacht sie noch viel weniger als ich du warst mit petty verlobt natürlich bist du dafür gemacht schmerzhaft brannte sich die erinnerung an die frau in meiner eingeweide die ich einst geliebt und die mich so schändlich hintergangen hatte das war was anderes Quinn betrachtete mich lange ich weiß es fällt dir immer noch schwer zu vertrauen aber glaub mir irgendwann wirst auch du die richtige finden es gibt nichts schöneres auf der welt als zu wissen wo man hingehört du hast gut reden die gehört die beste frau der welt du hast glück dass sie meine schwester ist sonst hätte ich sie dir schon längst ausgespannt selbst wenn sie es nicht wäre du hättest keine chance gegen mich Jess mag echte Kerle und keine flatterhaften möchte gern Casanovas wie dich möchte gern Casanovas bis jetzt konnte ich noch jede haben die ich wollte das siehst du falsch du hast einfach nur jede genommen die bereit dazu war sich nehmen zu lassen warte mal auf den Tag an dem du auf eine triffst um die du kämpfen musst dann unterhalten wir uns wieder mit einem Seitenblick betrachtete ich meinen Freund der sich scheinbar königlich amüsierte dieser Tag wird niemals kommen solange es solange ist kein Lasso dass mich seine Schlinge einfangen könnte warte es ab halt die Klappe wow womit haben wir das verdient und lächelte ich als wir zum Ranchhaus kamen und ich sah dass Dad und Jessabelle den Grill angeworfen hatten zudem schienen alle unsere Cowboys versammelt zu sein und das an einem Donnerstag sehr ungewöhnlich da seid ihr endlich grummelte Dad als ich mit Quinn zusammen zu ihnen trabte gibt es was zu feiern wollte ich wissen während Quinn zunächst meine Schwester küsste eher weniger seufzt sie Dad und ich sah ihn Frank an Paddy oh Larry ist tot oh einer seiner Cowboys hat ihn gefunden er lag auf der Couch als ob er schlafen würde Herzinfarkt das tut mir leid der alte Grießkram zählte ich bin zwar nicht wirklich zu meinen Lieblingen aber er war ein guter Ranger was passiert jetzt mit der Ranch wird sie verkauft ich weiß es nicht Paddy war nie verheiratet soweit ich weiß hatte er keine Kinder und auch keine Unehelichen mit seinem Bruder war er zerstritten du weißt ja wie er war ja da hatte Dad recht oh Larry war zu Lebzeiten ein mehr als garstiger Zeitgenosse mit fast jedem im Clinch gewesen der ihm über den Weg lief seine Rinder waren ihm stets wichtiger als die Menschen mehr als einmal hat er auf mich geschossen wenn ich sein Land zu nahe kam er mied die Gemeinschaft und zog sein Whisky menschlicher Gesellschaft vor wann ist die Beerdigung? fragte Jerry mein älterer Bruder noch weiß keiner was vielleicht wird sich sein Bruder darum kümmern ich denke wenn es um den Tod geht sollte man irdische Zänkereien hinter sich lassen dann ist doch echt noch mein Ton an oh der oh Larry knurrte ich irgendwie habe ich immer gedacht der würde ewig leben ja er war schon ein Original lächelte Dad wie wäre es mit einem Jameson ihm zu ehren lächelte Quinn der meine Schwester fest vor sich hielt und ihr schon wieder sanfte Küsse auf den Hals drückte Gott wie mich diese Glückseligkeit der beiden manchmal nervte man konnte es auch übertreiben also ich wäre dabei meinte Alfred einer unserer Cowboys und auch William und die anderen nickten fröhlich klar warum nicht ich hole ihn ich ging ins Haus und kam zwei Minuten später mit einem Tablett voller Schopfgläser und dem irischen Whisky wieder heraus auch wenn ich Paddy nicht mochte er war einer von uns und das war der anständigste Abschied den wir ihm schenken konnten Jessupil goss für jeden einen ein und freudig nahmen alle ein Glas auf Paddy sagte mein Dad und hob sein Glas auf Paddy taten ihm es alle anderen gleich Whisky auf nüchternen Magen ob das gut geht? grinstig und Quinn schüttete lachend den Kopf wenn du die Finger vom Rest der Flasche lässt bestimmt na los lasst uns essen forderte uns Dad auf an den Tisch den Jess auf der Veränderung gedeckt hatte Platz zu nehmen Jerry Jack bringt das Fleisch und was mit Quinn? versuchte ich meinen Freund zu ärgern ich helfe Jess mit dem Rest fauler Sack Jess hatte sich mal wieder selbst übertroffen die Steaks Rinderwürste und Hähnchenschenkel vom Grill duftenden einladend doch das war noch lange nicht alles Jessupil hat einen ganzen Topf voll Chili zubereitet schön scharf mit Jalapenos wie ich es gerne mochte dazu Folien, Kartoffeln aus dem Backofen einen Blatt Salat zur Quimtipp und frisch geröstetes Weißbrot Gott, ich liebte meine Schwester und unsere Cowboys wohl auch wie ich an den gierigen Blicken feststellte die sich abwechselnd von ihr zu dem Essen und wieder zurück bewegten Versucht es erst gar nicht ihr Loser Quinn würde euch die Eier abreißen Mein Freund, dem die sehnsüchtigen Blicke auch nicht entgangen waren, lachte da muss ich ihm Recht geben begnügt euch mit dem Essen noch trägt sie keinen Ring am Finger lachte Kobe mutig und Quinn drohte ihm mit dem Steakmesser versuch es Kobe holte an hob abwehrend seine Hände vor die Brust ich müsste verrückt sein nicht in deiner Gegenwart er zwinkerte Quinn zu und lächelte dann meine Schwester an vergiss es Kobe lachte Jezebel Dad sprach ein kleines Gebet dann ließen wir es uns schmecken gegen acht machten sich dann alle auf dem Heimweg wir sehen uns morgen verabschiedete ich jeden einzelnen per Handschlag und auch Quinn klopfte jedem kurz auf die Schulter wir waren eine große Familie daran gab es keinen Zweifel doch es war die beste Familie der Welt die Cowboys hatten sich schon verdrückt Dad und Jerry gingen nach oben um zu duschen und sich dann schlafen zu legen nur Quinn, Jess und ich waren noch da zusammen räumten wir das Chaos auf das wir hinterlassen hatten und setzten uns danach mit einem Bier auf die Veranda Quinn saß im Schaukelstück und Jess wie immer auf seinem Schoß ich selbst lehnte am Gelände an und rauchte in die Sterne guckend noch eine Zigarette der alte Paddy lächelte ich ich kann es noch gar nicht glauben irgendwann kommt für jeden die Zeit seufzte Quinn und Jess küsste ihn sanft und zart auf den Mund das stimmt und es ist gut dass man nicht weiß wann der eigene Tag kommen wird antwortete ich und das mit leichter Melancholie die mich seltsamerweise befallen hatte findest du? fragte meine Schwester ich denke wenn man es wüsste könnte man sich vorbereiten alles regeln sich verabschieden und so weiter nein widersprach ich und schüttete den Kopf es würde dich nur trübsinnig machen und du wärst nur noch am jammern du kannst nur eins tun und zwar dein Leben leben und genießen und das jeden verdammten Tag und genießt du es? fragte Quinn ich sah mir die beiden lange an meine geliebte Schwester meinen besten Freund den ich so lange vermisst hatte ja jetzt schon antwortete ich und das mit voller Überzeugung Kapitel 2 Diana seit beinahe drei Tagen war ich nun schon unterwegs und versuchte die fast 3000 Meilen lange Wegstrecke zwischen Boston Massachusetts und Coggle Lake Nevada hinter mich zu bringen mein alter Honda gab sein bestes mich um meine drei Koffer voller Kleidung und den lebensnotwendigsten zu diesem Ort im Nirgendwo zu verfrachten als ich die Grenze zu Nevada passierte war ich so müde dass ich rechts ran fahren musste um nicht hinter dem Steuer einzuschlafen doch jetzt stand ich kurz davor mein Ziel zu erreichen der Teufel musste mich geritten haben diese Tortur auf mich zu nehmen und meine Mutter betete zu meinem Vater am Himmel dass er mir Vernunft schicken möge weil ich laut ihrer Meinung völlig den Verstand verloren hätte vielleicht hatte sie sogar recht ruhig und geradeaus war mein Leben bisher verlaufen nach meinem Studium an der Cornell University im Fachbereich Veterinärmedizin mit Schwerpunkt Nutztiere fand ich einen Job in einer großen Bostoner Tierklinik nicht gerade mein Traum aber ich hatte mein Einkommen und war nah beim Mom doch dann kam der Tag der dieses große ruhige Leben auf den Kopf stellen sollte ein Großonkel von dem ich nicht mal wusste dass er existierte verstarb und machte mich zu seiner Alleinerbin als ich dort bei den Notar saß der mir den letzten Willen seines Klienten offenbarte war ich mehr als geschockt was folgte war ein langes Gespräch mit meiner Mutter Onkel Paddy und mein Großvater waren Brüder gewesen und wohl genauso zerstritten wie sie zänkisch waren Lange vor meiner Geburt hatten sie sich entzweit Onkel Paddy wollte nichts mehr mit Grandpa zu tun haben genauso wenig wie mit seinen Neffen meinem Vater alte irische Deckköpfe Wieso Paddy mich als seine Erbin eingesetzt hatte konnte selbst meine Mom nicht nachvollziehen das war doch was auch immer sein Grund gewesen sein mochte er hatte mir nun alles hinterlassen was genau nun ich war dabei es herauszufinden im Testament hieß es es ging um eine Farm oder Ranch das hörte sich erst einmal gut an aber der Onkel Paddy die 90 bereits weit überschritten hatte ging ich davon aus dass es sich wohl eher um ein Stück heruntergekommenes Land handeln musste vermutlich mit einem ebenso heruntergekommenen Farmhaus und bestenfalls mit noch einem alten lahmen Klepper im Stall wie auch immer ich würde es herausfinden das Schicksal ging manchmal seltsame Wege schon immer wollte ich mit Großvieh zu tun haben doch es war mir nie vergönnt Boston war nicht gerade bekannt für landwirtschaftliche Großbetriebe und nun sollte ich eine Ranch erben wie ich das jedoch bewerkstelligen sollte war mir nicht klar ich konnte die Tiere medizinisch betreuen doch war so ein Betrieb was so ein Betrieb mit sich brachte davon hatte ich keine Ahnung jedenfalls bot sich mir hier die Gelegenheit endlich in den Bereich zu arbeiten den ich mir immer erträumt hatte zur Not konnte ich alles verkaufen wenn mich als Tierärztin in Nevada niederlassen auch wenn meine Mom dagegen war aber wie hieß es so schön man lebt nur einmal wenn nicht jetzt wann dann mein Blick richtete sich wieder auf die Straße Fallon meinen vorletzten Punkt auf der Reiseroute hatte ich bereits passiert und ein Schild zeigte mir dass es noch zwei Weilen bis Coggle Lake war endlich oh Gott meine zunächst aufgekratzte Stimmung wandelte sich in dem Moment als ich auf die Hauptstraße einfuhr den Ort als trostlos und öde zu beschreiben wäre die Untertreibung des Jahrhunderts gewesen glaubte ich zuerst mich in einen malerischen Kleinstädtchen zu begeben so fühlte ich mich jetzt an einen Geisterstadt erinnert hier ein Café da eine Kneipe eine Bäckerei ein kleiner Supermarkt ein paar weitere ziemlich armselige Läden wohnt ihr hier überhaupt jemand? Enttäuschung überfiel mich und Zweifel brachen über mich herein hatte ich eine falsche Entscheidung getroffen? hatte Mom recht gehabt? was zum Teufel wollte ich nochmal hier? müde stellte ich erstmal mein Auto auf einen kleinen Parkplatz ab der zu einer Kneipe gehörte bei der ein Schild Jefferson Roadhouse prangte ich fühlte mich winzig zwischen all den Trucks aber wenigstens gaben sie mir das Gefühl dass es doch noch Leben in diesem Ort gab ich war bereits es war bereits 8 Uhr abends an einem Samstag ich war kaputt von der Fahrt traurig ein wenig hoffnungslos und ich wusste noch nicht mal wo ich genau hin musste wahrscheinlich würde ich im Auto schlafen müssen denn um diese Zeit noch ein Hotelzimmer zu bekommen erschien mir unmöglich selbst wenn ich eins finden würde wie war das hier überhaupt im wilden Westen konnte man in diesen modernen Zeiten noch wegen Landstreicherei verhaftet werden wenn man im Auto schlief? ich wusste es nicht aber das Risiko würde ich wohl eingehen müssen mein Magen grummelte und ich fragte mich ob man in der Kneipe etwas kleines essen konnte seit meinem Aufbruch hatte ich mich überwiegend von Müsli-Riegeln und Bananen ernährt und ich brauchte endlich mal wieder etwas Deftiges zwischen den Zähnen außerdem wusste da drin vielleicht jemand wo die alte Ranch von meinem Großonkel lag also rappelte ich mich auf und ging hinein schon von draußen vernahm ich den Lärm von unzähligen Stimmen und ich ahnte wie voll es drin sein musste kurz verließ mich der Mut doch der Hunger war stärker darum straffte ich meine Schultern legte einen selbstbewussten Blick auf durchschritt die Schwingtür und schluckte kaum betrat ich das Innere verstummten alle und fragende Blicke durchbohrten mich es war wirklich ziemlich voll und ich blickte auf ein Meer von Cowboy-Hüten ich konnte es nicht glauben es gab sie wirklich ich dachte diese romantische Klischee wäre längst überholt und man würde sich nur noch in Shows oder beim Rodeo sehen kurz hustet ich verlegen in meine Faust und schritt langsam durch die Reihen in der Hoffnung einen freien Platz an einem der Tische zu finden was ich auch tat in einer finsteren Ecke war tatsächlich noch ein kleiner Tisch für zwei Personen frei und so setzte ich mich auf den Stuhl der mit dem Rücken zu der hinterliegenden Wand zeigte das Pfeif-Konzert das bei meinem Spießrutenlauf erklang ignorierte ich einfach hier waren fast nur Männer und immer wenn sie im Rudel auftraten schienen sie sich geistig zurückzuentwickeln anders konnte ich mir das Neandertaler Verhalten nicht erklären selbst die Bedienung war männlich doch der junge Mann war wenigstens höflich als er mich danach fragte was ich gerne hätte eine Cola bitte und machen sie auch etwas zu essen nur Kleinigkeiten wir haben Chili im Angebot Nachos mit Käsesoße oder Hot Dogs Chili klingt gut lächelte ich kommt sofort es dauerte wirklich nicht lange und ich hatte eine eisgekühlte Cola einen Teller Chili und ein Körbchen mit frischem Brot vor mir stehen ich schlang die kleine Mahlzeit haste ich hinunter und war dankbar endlich wieder etwas warmes im Bauch zu haben kaum war ich damit fertig blickte ich mich um ob ich hier jemanden nach Onkel Paddy's Ranch fragen konnte aber irgendwie erschien mir alles nicht nur aufgeheizt sondern auch schon besoffen zumindest angetrunken zu sein und so gab ich mein Vorhaben auf ich würde morgen früh in einem der Geschäfte fragen vielleicht in der Kleinbäckerei als der junge Mann der Bediente den Tisch abräumte bat ich um die Rechnung die ich gleich beglich seufzen stand ich auf denn ich wusste ich musste mich erneut durch die Menge queren hey Schätzchen komm trink ein mit mir schrie eine der mindestens doppelt so alt war wie ich ob er eine Frau und Kinder zu Hause hatte und wenn ja wussten die wie ihr Mann und Vater sich benahmen widerlich ich ging einfach weiter und rempelte aus Versehen einen jungen Mann an der drehte sich um und warf mir zunächst einen bösen Blick zu wäre ich ein Kerl gewesen hätte er mir wahrscheinlich eine verpasst so aber grinste er nur breit er war nicht viel älter als ich und sah eigentlich ganz nett aus doch dann ergriff er meinen Arm hey lady lust auf ein Tänzchen grinste er und wollte mich in seine Arme ziehen nein danke lehnte ich höflich und freundlich lächelnd ab bloß nicht provozieren ach komm schon ist doch nicht dabei ich will doch nur ein bisschen Spaß haben tut mir leid ich tanze nicht er fing laut an zu lachen habt ihr das gehört sie tanzt nicht um ihn herum lachten nun seine Freunde und was ihm wohl noch mehr herausforderte ich fühlte mich ganz und gar nicht mehr wohl in meiner Haut denn er ließ mich auch nicht los jetzt stell dich mal nicht so an süß oder witzel mich vor meinen Freunden blamieren er zischte mir die Worte entgegen und in seinen braunen Augen funkelte es gefährlich mit einem Ruck versuchte ich mich loszureißen aber sein Griff war fest wie eine Eisenkralle schwer atmete ich ein denn langsam bekam ich Angst die Lady hat nein gesagt Ethan ertönte plötzlich eine Stimme hinter meinem Rücken und die Ansage galt wo den Cowboy vor mir Ethan ließ meinen Arm los verpiss dich Jack das hier geht dich nichts an es geht mich immer etwas an wenn sich jemand gegenüber einer Frau wie ein Arsch benimmt geh an die Bar und sauf weiter nur langsam wagte ich mich wagte ich mich umzudrehen und blickte in die schönsten grünen Augen die ich je gesehen hatte es dauerte bestimmt Sekunden bevor ich den Rest registrierte der dazu gehörte schwarze Haare standen verwuschelt in alle Richtungen ein markantes Gesicht mit einer geraden Nase und vollen Lippen wurde von einem Dreitagebart umrahmt und die Haut war tief gebräunt ein weißes T-Shirt spannte sich über seine breite Brust und unter einer schmalen Taille schloss sich eine lässige Jeans an die leicht ausgestellt über ein paar Cowboy-Boots fiel für einen kurzen Moment stockte mir der Atem das war ein Cowboy wie er im Buche stand nur der Hut fehlte Ethan schob mich ein kleines Stück zur Seite und stellte sich provokant vor Jack aufgeblustert trat er direkt vor ihn und ich suchte einen Weg an ihnen vorbei aber drei weitere Cowboys vermutlich Freunde von Ethan versperrten mir den Weg mir wurde ganz flau im Magen denn hier bahnte sich wo gerade jede Menge Ärger an und ich standen mittendrin war das nicht ein gelungener Auftakt für einen meinen ersten Abend in diesem Ort ich wollte weglaufen aber weil ich nicht konnte blieb mir nichts anderes übrig als dem Drama zuzusehen Ethan streichelte mit einer Hand über Jacks Schulter als wollte er eine Fussel entfernen und grinste ihn an weißt du Jack du gehst mir schon lange auf den Sack das ist nicht das erste Mal dass du mir die Tour versaust und so langsam habe ich die Nüsse dick Jack grinste zurück du hast doch gar keine Nüsse die dick werden können Ethan habe ich dir die nicht schon letztes Mal abgerissen als ich dir eine Abreibung verpasst hatte Jack machte ihn auf nachdenklich und Ethan begann zu kochen du blöder Wichser das letzte Mal war ich betrunken und du hattest Hilfe heute stehst du alleine gegen vier was willst du jetzt machen steht er nicht er klang eine weitere Stimme wenn das so weiter geht gab es gleich eine Massenschlägerei zwei weitere Männer waren rechts und links an Jacks Seite getreten einer war noch etwas größer als er und ein gutes Stück breiter der andere hatte auffällige Ähnlichkeit mit Jack nur die grünen Augen fehlten gibt's hier Probleme? fragte der große Kerl und Ethan schaute verächtlich Quinn West war ja klar wo Jack ist bist du nie weit stimmt's? hab dir was miteinander und Jerry du hältst dich doch sonst auch aus jedem Ärger raus wenn es nicht anders geht antwortete der mit dem braunen Haaren und das mit einer sehr warnenden Stimme ich hatte das Gefühl ihr ginge schon lange nicht mehr um mich ich wollte nur noch weg jemand ergriff wieder meinen Arm nur viel sanfter dieses Mal als ich sehen wollte wer mich festhielt blickte ich in die gleichen grünen Augen die ich gerade eben erst gesehen hatte nur diese gehörten nicht zu diesem Jack raus hier flüsterte mir die dazugehörige junge Frau zu und zog mich einfach mit sich willig ließ ich mich mitschleifen denn ich ahnte hier drinnen würde es gleich rund gehen keuchend kam ich vor der Tür an und wurde gleich noch ein Stück weiter geschoben lass uns ein paar Meter weit weg gehen von hier ich befürchte hier kommt gleich was durch die Tür geflogen oder jemand ohne zu zögern folgte ich der jungen Frau mit den langen honigblonden Haaren sie wirkte sympathisch auf mich und irgendwie schien sie zu wissen was sie tat wir liefen noch etwa 10 Meter weiter und blieben neben einem großen Truck stehen die Frau hielt mir die Hand hin Hi ich bin Jessibel Diana stellte ich mich vor und schlug ein Danke dass du mich da rausgeholt hast keine Ursache du bist nicht von hier habe ich recht nein merkt man das lächelt dich gequält ein wenig grinste sie geh hier nie ohne männliche Begleitung ins Roadhouse das ist gefährlich bei all den Testosteron geladenen Idioten da drin okay ich werde es mir für die Zukunft merken sollt mir nicht die Polizei rufen nein lachte sie es ist nicht das erste Mal dass meine Brüder und mein Freund die Ehre einer Frau verteidigen die kommen schon klar außerdem wird da drin eh jemand den Sheriff verständigen warten wir es ab deine Brüder dein Freund aber hast du denn keine Angst dass sie verletzt werden könnten in diesem Moment krachte etwas durch die Tür und schlug hart auf den Boden auf ich erkannte Ethan in dem Moment äh ich erkannte Ethan nope meinte Jessibel lachend die wissen schon was sie tun seufzend blickte ich hinüber zur Kneipe wo Ethan sich wieder aufgerappelt hat und erneut hineinstürmte dort drinnen schien es wirklich rund zu gehen und immer mehr Cowboys traten lachend und anfeuend auf die Straße ja schrien alle laut als Ethan zum zweiten Mal durch die Tür geflogen kam doch dieses Mal war Jack gleich dahinter bleib liegen Idiot drohte er mit dem Finger plötzlich hörte ich Sirenen geheuer und zwei Autos fegten mit Blaulicht auf dem Parkplatz aus jedem stiegen zwei Cops aus und drei davon rannten zur Kneipe der vierte ein etwas älterer Mann kam aber zu uns hallo Jessibel was haben deine Brüder und die Nervensäge von deinem Freund denn jetzt schon wieder angestellt knurrte er wieso gehen sie davon aus dass sie etwas angestellt haben Sheriff Temein weil sie immer dabei sind wenn es Ärger gibt nur die Ruhe Temein wir haben bloß diese junge Dame vor einem Ekelpaket beschützt Jack der Cowboy der so tapfer für mich eingestanden hatte gesellte sich zu uns und lächelte mir zu ich wurde rot im Gesicht Jack wusste ich es doch muss dein Schatten seufzte der Sheriff der amüsiert sich drinnen noch mit Jerry lachte er und wandte sich dann an mich alles in Ordnung fragte er und ich nickte schüchtern aber dankbar ja danke es geht schon wieder tut mir leid dass sie wegen mir Ärger hatten Jack klopfte einen Cowboyhut den ich jetzt erst bemerkte an seinen Beinen ab und setzte ihn auf Gott er sah hinreißend damit aus und für eine Sekunde saß ich den Gedanken hinter ihm auf einem Pferd kuschelte mich an seinen Rücken und ritt mit ihm davon in den Sonnenuntergang kurz schloss ich meine Augen und schütte mich um die romantische Anwandlung ganz schnell wieder loszuwerden Spaß trifft es eher Hi ich bin Jack er hielt mir die Hand hin und ich ergriff sie ein fester Händedruck erwartete mich Diana er hielt meine Hand ein klein wenig zu lange und sah mir dabei tief in die Augen leider musste ich zugeben dass mir dieser Blick durch und durch ging und ein Brickeln in meiner Magengrube aufzog doch dann ließ er los und dieser Sheriff kam zu mir können sie mir sagen was da drin los war natürlich ein Kerl Ethan heißt er wohl hat mich belästigt Jack ist nur für mich eingetreten und die beiden anderen auch kaum erwähnte ich sie gesellten sie sich zu uns Termaine lachte der Große wie immer zu spät halt die Klappe quillen Gott Jerry deine Lippe blutet ja ich weiß antwortete der mit der warmen Stimme war wohl nicht schnell genug mir fehlt die Übung lächelte er und dieses Lächeln war genauso einnehmend wie das von Jack Jerry musste dann wohl Jacks Bruder sein und Quinn Jessabits Freund wie viel Bruch gab es drin stöhnte der Sheriff und die drei Männer lachten nicht viel ein paar Gläser und Stuhl hat es gekostet antwortete Quinn und zog Jessabit in seine Arme Emilio wird uns eine Rechnung dafür ausstellen Ethan und seine drei Kumpels haben wir mit einem Strauß Blumen abgefunden alles gut Blumen fragte Tim May ein Straußweilchen ja grinste Jack und der Sheriff schüttet den Kopf tut ihm einen Gefallen welchen denn geht nach Hause mit diesen Worten ließ er uns stehen und ging hinüber zu seinen Leuten die Ethan und seine Kompagnon in der Mangel in die Mangel nahmen alle um mich herum kicherten aber mir war plötzlich gar nicht mehr nach Lachen zumute wenn diese drei nicht gewesen wären hätte es auch anders ausgehen können räuspernd wandte ich mich an sie ich danke euch das alles tut mir sehr sehr leid wirklich ich hoffe ihr bekommt jetzt keine Probleme werden wir nicht lächelte Jessabit zuversichtlich aber wir sollten uns besser wirklich vom Acker machen kommst du mit ich habe auch ein Whisky für dich auf dem Schreck wollte ich das eigentlich war ich viel zu müde und diese Schlägerei hatte mich aufgewöhlt aber Jessamil blickt mich so aufmunternd und lieb an dass ich versucht war mitzufahren doch ich konnte mich weder dafür noch dagegen entscheiden ich stand einfach nur da und guckte blöd in ihre Gesichter schließlich kam mir dieser Jerry schließlich kam dieser Jerry zu mir du siehst verloren aus ist wirklich alles okay? ja sicher ich habe nur eine sehr lange Fahrt hinter mir und ich schlafe fast im Stehenaun außerdem habe ich noch kein Zimmer für heute Nacht und ich weiß nicht wo hier ein Hotel ist mein Handy zeigt mir keins an Jack lacht und du wirst auch keins finden es gibt nur ein Motel hier in Coggle Lake ich kenne die Besitzerin wenn du willst frage ich bei ihr nach und Seth blickt dich ihn an ein Motel das hat einen Faden beigeschmack für mich wusste ich doch wer dort meistens verkehrte doch darüber nachdenkend lachte Quinn laut auf und küsste kurz seine Freundin was habt ihr frauen für Probleme mit Motels dann warnt er sich an mich nicht jedes Motel Zimmer wird für Schäferstündchen benutzt aber ich kann nicht verstehen dass es dir unangenehm ist wie lange willst du in Coggle Lake bleiben? lange verzog ich meinen Mund aber ich brauche nur für heute ein Zimmer morgen mache ich mich auf die Suche nach der O'Larry Ranch ich hoffe dann dort schlafen zu können die O'Larry Ranch? fragte Jack was willst du dort? wohnen? leben? arbeiten? ich weiß es noch nicht nun antwortet er mit einer tiefen Stimme vielleicht hast du es nicht gehört der alte Paddy lebt nicht mehr ja ich weiß darum bin ich hier ich habe seine Ranch oder Farm was auch immer es ist geerbt und dummerweise habe ich mich auf den Weg von Boston hierher gemacht um mir alles anzusehen geerbt? bist du verwandt mit Paddy? er war mein Großonkel das ist das ist das ist das ist war es war war